Okay, jetzt zerstörst du die Welt. Das ist so geil. Sehen wir mal was denn da schon da sind. Jetzt mache ich Atombombe 50 auf die Erde. Ich habe eine Idee. Schmollert Loch in die Erde. Waren diese Bomben rein? Weiß es. Was sieht ihr? Jetzt mache ich eine auf Todesstern. Da, Todesstern. Bitch. Das ist so geil. Ja, das ist so geil. 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 Vielen Dank.